Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Black Ops 2 Botmatch. Diese Folge wird wieder katastrophal scheiße und zwar soll ich Herrschaft gegen Veteranenbots spielen? Auf Nuketown 2025, das alleine ist schon nicht so easy, aber meine Waffe wird die Armbrust sein, ansonsten nur das Messer. Zudem habe ich als Primärgranate nur die Kampfachs, wenn ich also einen Kill erziele, ist das schon überragend. Und Punkteserien waren mir selbst überlassen und da ich weiß, dass ich hier unten gar nicht suchen muss bei den Hohen, habe ich einfach hier irgendwas ausgewählt. Und wir starten einfach mal die Runde und ich trinke noch einen Schluck. Ich kriege die Flasche nicht zu. Jetzt aber. Ja, langsam. So. Und go. Die Ziele sichern. C wird gesichert. Sicherheitsabstand einnehmen. Der Feind hat A. Granate siegt. Alter. Ich kann mit der Armbrust wirklich gar nichts. Das ist der perfekte Wunsch für mich. Oh, 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 oh. Hm, 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 hm. Was getroffen. Ha, du Trottel. Jetzt muss ich nur irgendwie an Vor-, äh, Quatsch an Munition kommen. Da. Das war doch Munition, ne? Nein. Ich habe keine Munition. Das ist voll nicht so gut. Ich lade nach. Aber ich habe schon Plünderer eingepackt, ne? Drohne steht bereit. In Bewegung. Drohne. Verbündete Drohne nähert sich. Ja. Jetzt Munition. Hunter Killer Drohne bereits zum Einsatz. Feinde haben die Drohne zerstört. Nice. Und, und weg, weg, weg. Das kann nicht sein. Du hast keine Chance, wenn die dich gesehen haben, noch schnell durchzuschlüpfen, weil du sofort weggehauen bist. Ey, komm. Ich war doch voll drauf. Wir haben die Kontrolle verloren. Achtung. Feindliche Hunter Killer Drohne unterwegs. Alter. Getroffen. Ein Assist, ey. Fick dich doch, du Arschloch. Nein. Ich habe keine Mumpe mehr. Ich habe nicht mal mehr die Kampfwachs. Ey, das kann sie so knicken. Sobald die Munition leer ist, kommst du nicht mehr ran. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe das Ziel ausgeschaltet. Oh. Dann bin ich wieder auf. Lade nach. Nein. Ich bin aus Schießen gekommen. Scheiße. Oh. Ja. Weg, weg, weg. Alter. Nein, 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 nein. Nein. Fuck. Fuck. Oh. Auf die Beine. Sie sind tot. Ich weiß allerdings auch überhaupt nicht, wie sich dieses Drei-Bolzengeschoss, was hier abgefeuert wird, im Flug verhält. Also, ob sich das dann irgendwie aufstreut, dass man auch sagen kann, hey, ich treffe den Typ, der ein bisschen weiter links steht und so. Oder ob die alle in einem Bündel gerade auf mein Ziel fliegen. Oha. Von wo? Wo ist er denn? Munition? Wieso nicht? Ey, das kannst du so knicken. Das ist unfassbar. Boah. Ah ja. Respawn Kill und... Wieso auch nicht? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich langlaufen soll. Kannst du doch hier alles klicken. Zack. Sweet. Das ist jetzt ein Scherz. Ey. Das ist unfassbar. Unfassbar. Fuck you. Nein, vorbei. Doch, ich bin getroffen. Hm, hm, hm. Aber nur ein Asi. Huiuiui. Das war der Schmacki, der mir den Kehl geklaut hatte. Mathis. Kannst mich mal am Arsch lecken, Mathis. Na los, weiter geht's. Ich will failen. Los. Das Ziel sichern. A wird gesichert. Alpha ist abgesichert. Wir haben den Vorteil errungen. Getroffen. Wunderbar. Erwartet Befehle. Hunter-Killer-Drohne bereit zum Einsatz. B wird gesichert. Jawohl, den hast du nicht kommen sehen, ne? Granate. Nein. Fuck. Ach, Mann, ey. Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Der Drohne nähert sich. Bravo, das gesichert. Nein. Ich war da drauf. So ein Dreck. Alter. Jawohl, irgendwas getroffen. Und schon wieder tot. Der Feind hat Bravo. Oh, Mist, ey. Spacko. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Nein. Ich wollte doch das fucking Geschütz killen. Achtung, EMP. EMP. Wo ist denn der? Alter, wo ist der denn? Komm schon, bitte, 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 bitte. Ja. Oh, ich hab sogar noch Muni. Blitzschlag in Bereitschaft. Granate, Bewegung. Die spawnen doch jetzt hier auf der anderen Seite. Wichtig. Nein, da sind sie. Nein. Ah, zu früh. Alter, jetzt kriegt ihr richtig. Fress das. Oh, ein Abschuss. Süß. Alter. Eine Sekunde abgelenkt und schon bist du tot. EMP geworfen. Jetzt ruf. Alter Schwede. Wer schießt denn da? Ey. Ich muss eigentlich noch einen Kill mit der Kampfachs machen. Aber das wird in tausend Jahren nicht passieren. Vor allem nicht bei den Jungs hier. Nein, der wäre ja doch genau gekommen. Alter Ficker, ey. Und wieder tot. Nein, das war viel zu kackt geworfene. Auf die Beine. Das kann einfach nicht wahr sein. Ich will ja eigentlich nur noch so einen Scheiß-Wurf-Axt-Abschuss machen, damit ich auch alles mal in irgendeiner Form benutzt habe. Jo. Jo. Kriege ich wenigstens meinen... Ja, danke. Wir verlieren Alpha. Nein. Das ist doch nicht wahr. Das gibt es einfach nicht. Die wollen auf keinen Fall, dass ich hier so einen Scheiß-Wurf-Axt-Kill mache. Abgeschossen! Ja, da hätte ich vielleicht warten sollen, bis es nachgeladen hat. Ja, jetzt haben wir ihn. Gott sei fucking Dank, ey. Wieso ist der jetzt nicht gestorben? Es ist mir allerdings ein Rätsel. Gott, geht mir jetzt auf die Eier gerade. Und wir haben auch sauknapp verloren. Ich war auch ziemlich scheiße. Allerdings, wenn man bedenkt, mit welcher Waffe und so weiter und so fort, ist das, glaube ich, doch ganz annehmbar. Ich danke auf jeden Fall für den Wunsch. War mal was anderes. Finde ich cool. Und, ja, ich danke auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschö.